hey leute willkommen zu einem neuen video mein apokalypse mit anton 404 wir waren auch hallo wir waren offline farmen beziehungsweise auch nicht nur farmen sondern quasi auch kunden ihr könnt es noch mal sehen hier und da haben wir quasi ganz viele pets angeholt ich habe mich auch nether portal pet gefunden also warte also ich habe das das pet ich habe das pet das das da das hier das hier das da das da das da das da das doppelt das hier habe ich auch also ich habe über eine reihe auch sehr viele pets ja ich habe echt sehr viele pets ich auch ja aber das ist geistesgestört vor allem ich habe einfach ein nether portal pet ist lustig war dieses portal pet ist nether portal pet das lag einfach so rum das war noch nicht mehr in der kiste das lag einfach so rum direkt auf dem baum wo eine kiste war das ist geile enttäuscht ja er hat und die an mann nuggets ja warum vielleicht können wir sie nicht leben ich habe zwei wenn wir können sie fest zu einem dir machen wie viel braucht man für in dir ich hätte mal neun aber ich guck mal kurz ja man kann man braucht neun aber ich würde erst mal sparen ich habe bereits ein stück aber ich würde erst mal sparen für ja ich würde die einfach sparen für für papettes die es halt essen wollen weißt du naja ok warte lassen wir dann wenigstens ist doch ein paar bäume anbauen sind wir sie hätten von entern hier das squid pet das magma cupid des creeper pet blaze pet entscheidend table doppelt ja kein copyright auf jeden fall ich habe rausgefunden immer wenn oben rechts des entern sein komisches gesicht sieht dann kann er uns hören und ich geht wieder kurz weiter allerdings farben hier vier so genau hier war das portal fett und dann war hier eben aber das ist ein animal fragment er war genau hier halt eben die chest von dem blaze pet glaube ich war es hand downward m cert 400 1000 in Prozent 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 auf jeden Fall herausgefunden so selten sind die Chests doch nicht aber es ist übelgeil es macht übel viel Bock zu handen diese Chests wir haben vorhin drei Siren Head Boss Bars direkt untereinander gesehen gleichzeitig also das ist echt mies wenn also drei Siren Heads auf euch zu rennen Oh mein Gott was ist das für ein Boxsafe dafür dass ich ein Bad Boss Spieler bin war das ein Booter denke ich bei mir kommt die im Moment Siren Head Boss Leiste 2 Siren Head Boss Leiste das ist nicht so ist nicht so schön Kiste ich auch zwei Kisten zwei Kisten ich hab auch eine okay warte wir haben übrigens auch die eine etwas doppelt quasi wenn wir etwas doppelt finden dann ich hab n will für dich ah nice ich hab es gut für dich danke warte mal kurz ja hallo tschüss hier danke was ist das zweite das zweite das hast du ja achso du hast die alles meine gesehen achso ja jetzt hast deine gesehen und dann habe ich meine gesehen hey Ton du bist jetzt fünfer runter gebufft Kiste ey Kiste ich hab zuerst ey ein scheißdreck hast du zuerst ich hab zuerst Kiste gesagt ich hab's auf Band ich hab's auf Band ach aber noch ein Squid Game noch was ist das Squid Game noch ein Squid Pass wenn man zu viel Netflix geschaut hat ne weil du vorhin Copyright gemacht hast ey ist das die Kiste ne wie wirs Leute wenn die Kisten seht nicht öffnend abbauen das ist viel schlauer Anton ist diesmal ja hat einmal in seinem Leben IQ bewiesen was ach ne ist nicht alles gut ihr habt nur einmal im Erleben IQ bewiesen ne ne alles gut ne ich habe hier ein vertautes Jade Schwert ich werde dich wegschnitzeln musst du nicht weil es kann mal 8 Damage machen verdammt ne übrigens dieses Enchanting Table Pad können die überhaupt in diesen Bäumen spawnen die Kisten das weiß ich gar selber nicht weil es wird schon wieder dunkel ne nehm mal hier kurz nen Point das ist ein paar Sekunden ey in den tollen Kopf ach so hallo so leute um und direkt weiter so ich bin wieder da ja ich auch um also diese Bäume hier sind schon ich ziehe mein Lieblingsbäume also diese Eichen bei der kann man einfach die meisten Kisten gut finden wir müssen glaube ich ein Sumpfbier umgehen warte wir haben noch Squid Game äh Squid Pad ich nicht aber das macht nicht so gut doch du musst so schnell doch du musst so schnell rechts klicken ja ich hab's nicht ach so nicht dabei aber ich seh jetzt und da weiß auch was nicht dabei ne gut von wegen es macht nichts ich dachte es macht nur äh water breathing nein ist ja auch bisschen traurig für so ein gutes Pad jetzt gehen wir da oben hin hier ist ein Frosch oder ja Frog auf solltet ihr weggucken hallo 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 hört man mich ja achso ok hallo hä hallo 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 Gott ist verzögert wieder bei dir aber mir nicht heilige hallo 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 Leute, es ist gerade schon ziemlich spät, es ist schon halb acht, deswegen ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich ein bisschen leiser rede, aber ich rede leiser, ich bin müde. F8 in Anima. Schön. Kiste! Das ist nicht gut. Ja, hallo. Hallo. Heilige Scheiße. Was war das? Es war ein Villager. Es war, nein, es war was anderes. Es war ein Villager. Es war so komisch, also er sagt, es ist richtig komisch aus. Hattest du lange Nägel? Ich habe mich gewonnen, hattest du lange Nägel? Es ist richtig, es ist so sichern als Hände. Ich sag mal, es war richtig komisch. Kommt zu, es war ein Villager, aber ein Infizierter von Parasiteninfizierter, das ist die Parasitenmode. Der hat sich teleportieren können. Nein. Natürlich. Ähm, es war Villager. Es ist ein Villager gewesen, aber es war, er konnte sich nicht teleportieren. Nein, der hat nur geleckt bei dir. Da kann sich teleportieren. Okay, komm, komm mal zu diesen Koordinaten dann. Okay, warte, äh, edit. Minus 1062. Weil was, minus 1069? 62. 62. 62. 62. Ja. Minus 492. Ja. 70. Okay. Das meine ich. Ehe, he, 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 he. Leute, das meine ich. Das meine ich. Er hat gar nicht geschrieben, er kann nicht mehr, er muss off. Er schreibt mir gerade auf Discord. Ja, okay. Ich werde mal in der Single-Player-Map dann später gucken, ob es wirklich sich tippen kann. Wie lange geht die Aufnahme eigentlich schon? 13 Minuten. Ja gut, Leute. Also ich würde sagen, das war es auch mal für diese heutige Folge, weil die letzte war echt sehr, sehr lang, es war eine XXXL-Folge und ja, ich musste die jetzt ein bisschen cool zu machen. Ich hoffe es hat euch gefallen, das ist gerne ein Like und ein Abo da, dann sehen wir uns morgen wieder, haut rein und dann sage ich Ciao! Ciao! Ciao!